Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute mit Grundlagen beschäftigen und zwar mit der Frage, was ist Physik? Wir lernen heute, was Physik eigentlich ist, mit welchen Methoden sie arbeitet und wie diese Methoden arbeiten, wollen wir uns im letzten Kapitel am Beispiel der Schwerkraft kurz ansehen. Dann mal los. Was ist denn nun Physik? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Jeder tendiert dazu, etwas anderes zu erzählen. Ich versuche es möglichst einfach zu halten und sage mal, die Physik, der Name kommt übrigens vom altgriechischen Physis, das heißt so viel wie die Natur, ist die Lehre von der Natur. Sie untersucht die in der Natur ablaufenden Vorgänge, Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu